Hallo, das ist Naruto12780. Herzlich Willkommen zu James Bond Nightfire Part 15. Jetzt geht's da weiter, wo wir aufgehoben haben. Let's go. So. Ich habe von oben nichts entdecken können, was wie eine Kommandozentrale aussieht. Nun ja, eins wissen wir über Drake. Nichts ist, wie es zu sein scheint. Sieht verlassen aus. Umso mehr ein Grund, sich die Sache genauer anzusehen. Ja. Da hast du recht, James. Kein Empfangskomitee. Das System ist aktiviert. Wir brauchen einen Comlink. Probieren Sie sich einzuklinken. Warum habe ich das Gefühl, dass wir uns wieder trennen müssen? In diesem Schacht gibt es einen Luftzug. Und ich ahne auch warum. Teilen Sie dem MI6 unsere Position mit Allura. Ich halte Kontakt. So, damit haben wir... Da ist unsere kleine Freundin da abgehauen. So. Perfekt. Oh. Oh. so hier bin ich anscheinend runtergekommen oder was so und gerade sagen hallo weil es dunkel ist ja gar nicht alle mussten ist okay wir dürfen kein alarm auslösen lassen alter dass ich wissen sollen ja das wird nicht leicht das wird leider nicht leicht sorry shit ja das ist ein guter so so Ah, ha! Äh, ja? Okay. Okay. Ich fühle mich auch wahr, dass sie mir hier nicht entgegenkommt gleich. Oh, jetzt auch den Rang. Das weiß ich noch vom Ding her. Äh, der Vater. So. Vorsicht, James, die Laser werden den Alarm auslösen. Oh, komm hoch, komm, 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 Freundchen, komm hoch. Kiko ist jetzt im Korridor A8. Hä? Krass, ich schlafen hier, Alter. Was machst du für ein Dreck hier? Was ist das hier? Okay. Alles gleich hier durchkommen können. Äh, noch nicht alle aufkommen. Äh. Waffe. Kiko ist jetzt im Korridor A12. A12, A12. Okay. Hä? Ah, ja, hier. A12 hier. Oh, komm. So. Hä? A12 oder wo? Okay, hier ist gar nichts mehr. Warte mal. Warte mal. Oh, komm. Weg. Warte mal. Ah, okay. Warte mal. Warte mal. Ja, ich bin. Wir müssen Marsch изменieren. Das ist gut. Wie ist das? Ah, soll ich hier rein können? Alles klar. Oh. Cool. Kommt genau richtig gerade. Das könnte ich jetzt gut gebrauchen gerade. So. Kiko scheint fast am Kontrollzentrum zu sein. Beeilen Sie sich, James. Warte mal, was ist jetzt meine Aufgabe? Warte mal. Äh, unentdeckt. Folge Kiko zum Sicherheitsraum. Ja, natürlich. Hier. Alles klar. Okay. 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 Und wo? Warte mal, sicher, kann ich jetzt Raum sabotieren und entkommen. Ach so, okay. Ah, warte mal, warte mal, ich glaube, ich weiß dann, wie. Ich glaube, hier muss ich was sabotieren, kann das sein? So. Das Sicherheitszentrum wurde infiltriert. An alle Eliteeinheiten, ein Dringling aufspüren und bei Sichtkontakt erledigen. Okay. Oh. Sie müssen durch diese Tür in Sektor Delta, beeilen Sie sich, James. Sektor Delta, also. Du machst das. Komm schon. Komm hoch. So, jeder droht die beiden Töner hier. Er hat sich irgendwie in den Gebäudekomplex reingeschlichen. Die Elite-Wachen halten die Stellung. Ich gehe runter und schalte den Strom ab, damit er nicht weiter kann. Aber wenn Bond bis zum Trainingszentrum kommt, werde ich mich gebührend für das Lifting bedanken, dass er mir verpasst hat. Oh ja. Oh, komm. Oh. 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 Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich glaube, wir müssen alles nochmal von vorn machen, wo wir wetten. Ja. Anscheinend. Oh. Ja. Ja, aber wenn ich hier auch nur scheiß... Wenn ich für das Teil auch nur scheiß Waffen habe, was willst du erwarten? Ich habe mir Zugang zum Terminal und ihren internen Systemen geschafft. Viele Funktionen sind gesperrt, aber ich habe Zugriff auf die Sicherheitskameras. Oh, Mann. So. So. Ey, halt. Oh, Junge, jetzt darf doch mal stehen, Alter. Oh. Klappe halten, Alter. So. Nein, die Fresse. So. So. Mhm. Food. So. Okay, I'll be shooting. Mhm. Ah, so she's just better, yeah. Mhm. A12, alles klar. A16, jetzt noch mal was, okay. Danke. Okay. Ah, 12, 16, hier. Dieser scheint fast am Kontrollzentrum zu sein. Beeilen Sie sich, Jane. Oh, oh, oh. Jetzt steckt doch ein dreckiger Hund. Kontrollzentrum zu drüben. Brauchen wir alles gerade nicht mehr, ja? Schnell austauschen. Alles klar. Was? Das Sicherheitszentrum wurde infiltriert. An alle Eliteeinheiten eindringlich auch Spinnung bei Sichtkontakt erledigt. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ah. Jetzt erst durch die Tür in Sektor Delta. Behalten Sie Schnell. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Wir auch. Oh Mann. Ist das nervend. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ja! Hm, ich kenne mal alles schon, brauchen wir nicht mehr mal. Ich habe mir Zugang zum Terminal und ihren internen System geschafft. Viele Funktionen sind gesperrt, aber ich habe Zugriff auf die Sicherheitskameras. Gut, dann wenn ich jetzt den paar, wir sehen uns im nächsten... Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis gleich, euer Naruto 1986. Schreibt mir ein Video in die Kommentare und nehmt meinen Kanal. Wie ich mich sehr drüber freue. Danke, bis gleich.